Schlecht haftende Frischhaltefolie ist ein Albtraum. Aber im Traum ist die neue Toppits Frischhaltefolie mit noch mehr Haftsicherheit. Bleibt alles appetitlich frisch. Schöller Manhattan. Die große Genusswelle mit der überwältigenden Wirkung. Eiscreme nach amerikanischen Rezepturen. Schöller Manhattan. Dies ist ein ganz besonderer Schönheitsbalsam. Er ist mild, cremig, mit feinem Duft. Aber er ist nicht für Sie. Das neue Pronto mit Bienenwachs. Cremiger Balsam nährt und belebt Holz auf natürliche Art. So bewahren Sie die Schönheit Ihrer Möbel. Pronto. Schönheitspflege für Ihr Holz. Jetzt schmeckt das Frühstück nicht mehr einmalig, denn Netzle Trio ist... Dreimalig lecker, Karamell, Honig, Vanille. Dreimalig im Geschmack, Karamell, Honig, Vanille. Schmeckt dreimalig gut, Karamell, Honig, Vanille. Mit Trio von Nestle schmeckt das Frühstück dreimalig gut. Michael Jackson ist ohne Zweifel die Ikone der amerikanischen Popkultur. Aber was mir sonst noch zu Michael Jackson einfällt, ist eigentlich die Familienband Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. The Jackson Five. Damals haben sie mehr als 120 Millionen Platten verkauft. Hits gehabt wie ABC, I'll Be There oder My Girl. Und damit eine Pophysterie ausgelöst wie kurz zuvor die Beatles. Also vorbuchen der 27. und 29. August in Sat.1 die Geschichte der Jacksons. Harley Davidson zu gewinnen. Grube! Wahrscheinlich sind die wieder da. Gott sei Dank, denn ab Montag zeigt Sat.1 brandneue Folgen von ein Bayer auf Rügen. Wahnsinn! Dabei können sie in jeder Hinsicht gewinnen. Sat.1 und Bild verlosen eine Harley Davidson Hagger 883 von Hein Gericke. In Speziallackierung Harley Düsseldorf inklusive heißem Chopper-Outfit. Der spielt verdammt. Meine Maschine. Und so einfach geht's. Sie schauen nächsten Montag ein Bayer auf Rügen und beantworten uns folgende Frage. Welchen Zivilberuf hat Valentins russischer Freund Boris? Na ja, ich weiß schon. Die richtige Antwort schreiben Sie an Sat.1 Kennwort ein Bayer auf Rügen in 55 104 Mainz. Einsendeschluss ist Montag, der 30. August 93. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auf geht's. Ein Bayer auf Rügen.